Mein Name ist euer Morguma wieder am Start und heute gibt es wieder ein bisschen Asphalt 9 und wir zocken heute auch wieder online und los geht's! Porsche 718 AK, man, easy, wir haben die 1100 Punkte, so muss das und wir sind halt leider noch Bronze Liga, aber nur noch 50 Punkte und dann sind wir wieder selber außer es kommt natürlich wieder eine neue Saison, ist das halt leider alles möglich und was haben wir denn für geht? naja, geht oh ne, ich glaube wir starten auf dem letzten Platz, oder? oh ne, 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 ne oh gut, wir gucken, ob wir gewinnen wir fahren in Schottland und ja, ich find's nur blöd, dass es immer so viele Wartezeiten in diesem Spiel gibt so, jetzt geht's endlich los, huhu und go oh ne, wir sind doch nicht erst jetzt zusammengestarrt, huhu wir sind als vorletzter bombastisch so, und okay, wir aktivieren Boost hier vielleicht können wir hier noch so um die Ecke driften hä, wie sollen wir den 2er Boost nicht bekommen? wahrscheinlich weil der Typ da vor uns war, und, oh mein wow oh du kacke okay, einfach durchziehen, einfach durchziehen so, und, aufs blaue Jump Head, oder wie je nachdem, wie man sie nennen will, und oh mein Gott huhu okay, wir sind fünfter wir sind hier alle sozusagen so in einer Schlange, wenn ich mal auf die Karte guck ah, okay hm gucken wir, ob wir fetter jetzt werden ich hoffe, es nein okay, einfach wieder blauen Boost aktivieren Drehung erfolgt und go hm nein doch, oh mein Gott huhu wir haben uns als, was, fünfter? wir sind noch fünfter oder täuscht mich gerade ach ja, das ist ein Rubschrauber huhu holy shit oh mein Gott huhu wir sind dritter ich kann es ja gar nicht glauben okay kram genähen und, und, und wir sind gleich beim Ziel noch einmal durchziehen einmal durchziehen und ja oh Mann oh 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 okay okay Leute, so kann es nicht weitergehen dann schauen wir heute vielleicht sogar noch Silberliga fände ich cool gut, weiter geht's und ah, Fassrollen haben wir was bekommen und Ruflevel auch nice und so okay oh oh wow unser Tank wurde aufgefüllt ist ja nicht so, wie als wären wir bisher mal ein Rennen gefahren nein 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 so okay und ja dann würde ich sagen, wir fahren heute noch so drei Rennen mhm mhm aber ich will den Part auch nicht zu lang machen mal gucken, je nachdem wieviel Zeit wir da mal haben oh also gucken, dass wir wieder für Gegner bekommen mhm mhm und ah ah wir sind mit voller Lobby voller Lobby okay und ah da ist einer mit 1.100 super und der darf natürlich auch als Erster starten ist klar oder ist es der Erste oder der Zweite oh Gott keine Ahnung welcher es ist irgendeiner von den dreien die ich gesehen habe zumindest wahrscheinlich gut wir nehmen hier die Rampe oh nein ich habe eine schlechte Verbindung und go nein 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 komm 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 oh Gott oh Gott was passiert hier nein wieso nachter nein komm wir müssen ihn ram wir müssen ihn ram komm 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 in die pyramiden rein und jetzt go jetzt einfach voll durchziehen so wir nehmen hier die wir nehmen hier den boost mit blauen boost aktivieren nochmal eine schöne Drehung nach draußen und super boost wieso sind wir jetzt achte hä ok siebte das macht es halt nicht grad so viel besser oh Gott ey oh ich bin aber auch irgendwie so schlecht in dem Spiel geworden weil ich spiele halt in letzter Zeit so selten offline ja wow 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 alles ist gut hier so hier machen wir eine Drehung und so ok mhm die Rampe haben wir leider nicht mehr bekommen aber jo wow wow oh ho ho ok oh oh shit oh hu nein nein oh mein oh wow eine schöne Drehung machen und volle Speed go go nein wir sind immer noch 7,0 das gibt es doch nicht holy shit Oh mein Gott, nein, wir hätten sogar fast Lila Boost aktivieren können. Und wir sind 6 da. Nein. Ich glaube, wir machen Plus, Minus, Null. Ach, Plus 2 sogar. Das finde ich aber sozial. Gut. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir fahren noch so ein, zwei Rennen. Dann sollte es auch passen für heute. Und ja. Also, go. Wir haben hier welche Gegner. Wo bleibt ihr, Gegner? Wo bleibt ihr? Ah, da seid ihr ja. Ähm, 1500. Ja, okay, 1500 ist der stärkste. Aber 1500 ist schon echt was, muss man sagen. Aber okay. Und dann darf natürlich der zweite starten. Und wo starten wir? Oh nein, ich sehe uns nicht in den vorderen vier. Oh mein Gott. Ähm, ich glaube, wir starten als Sechster. Liege ich richtig? Liege ich falsch? Ah, Sechster. Perfekt. Oh nein, ich habe auch schlechte Enteinsverwendung. Okay, egal. Go. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Nein. Jeder kann durch mich durchfahren. Oh nein. Oh nein. Dritter? Fünfter? Oh Gott. Zahlen, da springen die ganze Zeit hin und her. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Einfach Vollgas. Juhu. Oh, ich glaube, irgendwie werden wir gleich aus der Runde geschickt. Irgendwie habe ich da so ein ganz mieses Gefühl. Oh mein Gott. Okay, einfach durch. Einfach durch. Rampe. Okay. Und, und, und. Superboost. Nein, zu früh, zu früh, zu früh. Oh mein Gott. Wow. Okay. Okay, Spiel. Okay. Gut, dann driften wir hier so ein bisschen um die Ecke. Ja, ja, ja. Und wieder Vollspeed. Nice, nice, nice. Gut. So. Jetzt wieder schön in den Drift-Modus, oder? Ja, ja. Ungefähr. Gut. Jetzt weiter nach vorne. Und, und, und. Nein. Oh mein Gott. So, okay. Oh shit. Ja, okay. Huh. Ja. Ja. Plus neun, okay. Ja. Ach, irgendwie viel wir heute noch schaffen, Abrufen. Weil, wie gesagt, die letzte Runde... Könnte nochmal etwas werden. So, wir nehmen hier natürlich unsere Marken mit. Okay, mal gucken, wie die letzte Runde zu uns spricht. Also, so, auf, losdrücken. So. Oh, Leute, wir kommen sofort in der Runde. Nice. Hm. 1.900er und 1.400er. Hm. Muss gucken, ob ich gegen die ankomme. Ich hoffe aber schon. Okay. Wann geht's los? Hello. Spiel. Wann geht's los? Bin sofort loslegen. Ich bin hyped. Oh ja, okay. Boah, das ist ja 1.900er. Okay, wir dürfen aus zweiter starten. Okay. Leute, das kann nochmal was für uns werden. Hö, ich kann... Oh nein, mehr äthert. Oder mein Handy spinnt. Nein, mehr äthert. Shit. Shit, 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 shit. Aber einfach durchziehen. Oder ne, ich soll nicht mehr... Hä? Keine Ahnung. Einfach machen. Einfach machen. Und ne schöne Drehung hier rauf. Und boom, Superspeed, Superspeed. Okay, 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 okay. Gut, 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 wir sind zweiter. Komm, Leute. Das ist unsere Chance. Unsere Chance zu beweisen, dass wir die MC Journey Army sind. Okay, go. Und Drehung. Und unser Auto ist komplett verdreckt. Egal. Wir sind die MC Journey Army. Niemand kann uns stoppen. Ja. Und ein schöner Sprung. Und weiter geht's. Go. Oh. Wow. Wow, 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 wow. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein. Nein. Nein, nein, nein. Total Scham, Total Scham. Hä, wo sind die anderen? Wir sind ja immer noch zweiter. Hä? Ich dachte, das wird hier spannender. Gut. Äh. Ja. Ja. Und noch mal schnell die Kurve. Oh, okay. Okay, 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 okay. Nein. Hm. Hat das Rennen schon beendet? Was? Alter, was ist das für eine Strecke? Bin ich die schon mal gefahren? Kann gut sein, aber puh, ich find die voll cool. Okay. Nice. Okay Leute, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Lass ein Abo, du aktivierst die Glocke. Über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Haut rein. Und euer Mago. Ero. Ich weiß nicht. Ich würde mich noch nicht geben.